Ja, hallo und herzlich willkommen, Kolleginnen und Kollegen, zu Advents-Special Nr. 23. Heute hier am 23. Dezember 2012. Morgen ist Weihnachten! Ja! Wir freuen uns alle! Unglaublich! Und ich darf nicht so schreien, sonst wird das wieder richtig verzerrt und so. Die Stimme. Wir machen Continue. Zocken weiter. Level 6, Load. So. Da machen wir weiter. Da waren wir nämlich stehen geblieben. Das war so ein bisschen tricky, war das? Das war so ein bisschen blöd. Aber ich mache jetzt hier weiter mit voller Kraft und voller Power. Wird schon, wird schon, wird schon weiter, wird schon. So. Schön. Ja, wie gesagt, morgen ist Weihnachten. Alle freuen sich und, äh, ja, für die, die das Video gestern nicht gesehen haben, das hier ist, äh, Tower, äh, Battle of Antarctica, Tower Defense, sehr nett. Und, äh, ja, spiele ich hier als Advents-Special Nr. 22, 23, also als Advents-Kalender, sozusagen. Und, äh, ja, ich ersetze heute, ich war ja gestern schon dran, ich ersetze heute nur den lieben Siliarus. Der ist nämlich nicht zu Hause und kann deshalb heute kein Video bringen, deswegen übernehme ich das für ihn. Ähm, ja. Ja, genau, das war's eigentlich, was ich so sagen sollte. Ey, der ist nicht ernsthaft durchgekommen, ey. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ey, das akzeptiere ich nicht, ey. Das muss perfekt werden. Perfekt muss das werden. So. Elektro-Tower dahin. So. Alter. Hups. Entschuldigung. Bin ich gegen's Mausrad gekommen? Ähm. Ähm. Ja, genau. Let's go. Schnell. Letzte Rettung, ey. Den fähre ich mal ab. So, und der holt den noch. Und dann können wir den 600 verbauen. Und jetzt ist eh alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder chillig. Weil der holt die jetzt erstmal alle wunderbar. Und dann haben wir unsere Ruhe. Äh, wer, der kommt durch. Alter, wer, der kommt durch. Wer, der kommt durch, habe ich gesagt. Du Hure. Scheiße. Ich bin noch ein Stück Scheiße, Alter. Ich muss das... Ich muss nicht... Echt, äh, ich muss... Moment mal. Ich mache mal kurz Gameshorn leiser. Ich glaube, der ist zu laut. Und... So. Schön. Schön, 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 dass das so gut läuft. Ich glaube, der Ton ist übelst überpowert. Aber... Was soll's? Oh, Scheiße, ey. Ich muss echt noch mal ein Mausrad deaktivieren während der Aufnahme. Das ist schlimm. So, let's go. Und was ich noch mal kurz machen muss, ist hier den Stecker rausziehen. Leck, 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 geil. Geilo. Geilo. Geil. Ich weiß nicht, ob wir das Level hier noch schaffen werden, aber... Ich hoffe mal. Weil, äh... Ich will auch noch das Spiel durchhaben, eigentlich irgendwann. Oder das Spiel lustig ist und Spaß macht. Also noch. So, jetzt Taco ganz schnell. So, jetzt können wir das da hin platzieren. Nicht dein Ernst, ey. Was soll die Scheiße? Was soll die Wichsekacke, Alter? Das soll funktionieren. Und das ist eigentlich auch nicht allzu schwer, ey. Das ist normal, Junge. Normal. So. Diesmal platziere ich dann da ganz hinten erst. So, Taco hier. Habe ich nämlich mehr Zeit. Das ist mehr so chillig. So. Und auch so ein Ding dazu. Prima. Und da noch eins. Und jetzt müssen wir... Können wir erstmal sparen, denke ich. So, und den einen schaffen sie auch noch da. Wunderbar. Und jetzt nur noch 50. Und wir haben 600. Brauche ich den erst mal und gleich upgraden. So. Und den gleich nochmal hinterher. Wehe, die kommen durch. Wehe, die kommen durch. Habe ich gesagt. Scheiße. 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 Diese hässlichen schwulen Homo-Vögel, Alter. Ich mach mal nicht so heftige Gesch... Speed down! Äh, ohne... Alter, noch kann ich es schaffen. So. So. So, jetzt ist der Speed auch down. Obwohl, jetzt kann ich eigentlich wieder Speed ab... Ähm, abmachen. Weil jetzt ist ja... Das finde ich auch so geil, wenn ich... ...klicke und dann... ...macht ich nicht. Hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä. Das ist ein Ernst, ey. Meine Güte. Kommt so ein homospastischer Pinguiner noch durch, ey. Was sollen diese Wichse, ey? Was soll das? Meine Güte. Ich krieg zu viel, ey. Okay, und jetzt platzieren wir hier noch so ein geiles Ding. Und da noch eins nehmen. Wehe, Alter, es kommt ein Viech durch, Alter. Irgendein Spaß hier. Es muss nur einer durchkommen und ich gebe hier eine Kugel, ey, so. So, und noch eins dahin. Und gleich noch eins. So, und jetzt wird erstmal geschwarrt. Auf ein teures Ding. So. So, Alter, weh, die erwischen den nicht, ne? Ja, danke Gott. Danke. Jetzt sollte es funktionieren, ey. Jetzt kommt kein Dulli mehr durch. Jetzt mache ich erstmal schön von den Dinger ein paar. Was sind das für hässliche Dinger, ey? Wackelt das ganze Bild. Und dann bringen die kein Geld, ey. Kann man sich auch sparen, die Viecher. So, und jetzt können wir, glaube ich, erstmal ein bisschen sparen. Aber... Die Dinger bringen schön Geld, ey. So will ich das sehen. Die bringen auch übelst Geld. 50. Fast 50. 40 oder so. Bringen die auch. So. Der ist scheiße und der ist ganz gut. Den baue ich gleich mal. Okay, jetzt wird es nämlich langsam brenzlig. Ich glaube, ich war auch nochmal hier. Äh, was für eine Range hat der? Nehme ich den nochmal da hin. Okay, der geht voll. Der ist voll okay. Der ist voll okay. Geil, endlich geschafft. Ja, Party. 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 Skills machen wir da, da, da. Ach, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Die Skills kann man hier so verteilen. Auf, äh, also Skills, Power Range, Towers, Damage. Kann man diese Sterne verteilen, dann ist das abgegradet. So, und ich mach das halt jetzt hier so. Ich mach das einfach von oben nach unten runter. Crow's it. Crow's it. Okay, das ist scheiße, glaube ich. Erstmal orientieren. Start, End, End. Also, die können da hoch. Und wie sieht das aus hier? Müssen wir das platzieren. Okay. Fangen wir an, wie üblich, würde ich sagen. Summen. Batman. Nanananananananananananananana Batman. Batman. So, also das geht ja. Kann ich gleich erstmal so ein Ding platzieren. Hauptsache, jetzt kommen mir keine Vögel, ey. Das wär's ja. Nächste Wave. So. Schalala. Na ja, morgens Weihnachten. Für mich gibt's einen schönen neuen Bildschirm, ne neue Gaming-Tastatur. Und ganz viele neue schöne Sachen für PC und so. Und ja, dann wird's auch wieder Let's Plays geben von mir ab Weihnachten. Und ja, ich denke, es wird sich alles wieder, es wird alles wieder schirmen. So, das Ding noch da. Upgrade. 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 Sind alle schon upgradeet, oder was? Next Wave einfach, so. So. Die sind auch schöne Geldspritzen. So, jetzt mach ich mal Automatik und Vollspeed rein. Ich glaub, das reicht erstmal an Verteidigung. Hier kommt nichts allzu weit. Schön, schön, schön. So. Alter. Diese Bären sind aber ganz schön fett. Fett und hässlich, ey. Na, die bringen auch ordentlich Geld. Also so fett wie die sind, so viel Geld bringen sie auch. Ich will eigentlich ein bisschen sparen. Auf dem Flamethrower mindestens. Hm, hm, hm. Mal sehen, ob das jetzt vielleicht was wird. Mit dem Flamethrower, den kann ich jetzt rechnen, glaub ich. Also, den haben wir zusammen. Hauptsache, es kommt kein scheiß Vogel durch, ey. Das wär das Schlimmste. Oh, mit etwas Glück. Oh, ich bau doch lieber einen Flamethrower. Alter, ein Flamethrower ist so schlecht, ey. So schlecht ist so ein Flamethrower. Eine Milliarden-Range, aber trotzdem kommt nichts dabei raus, ey. Unten kommt nichts durch. Nur oben kommen die Viecher. Ist auch gut. Auch sehr schön. Ja, Victory! Mission complete! Drei Skillpunkte wieder von oben nach unten. Zack. Weiter. Acht. Das ist ja auch sehr schön, das Level. Also, es gibt ein Ende. Dann werde ich die am Ende platzieren, hier die Sachen. So. Mal gucken, ob das so sonderlich schlau ist. Ich lass mich da einfach mal überraschen. Okay, das läuft nicht sonderlich gut. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt plane. Ich glaube, das gehe ich lieber langsamer an. Indem ich erstmal hier... Hier... Oder erstmal die... ...normalen Sachen, sag ich mal, platziere. So. So, dann mache ich da so ein Gerät. Und hier noch so eins. Next Wave. Hoffentlich doch, dass... Ach, die sind ja kein Ding für die Geräte da. Für das... Machine Gun Tower. So entsparen wir dann erstmal. Weiter geht's, Next Wave. Ich könnte jetzt noch so ein Apparello hier bauen. Ach, die sind auch schnell down. Und bringen Geld. Das war ja eine lustige Wave, ey. Nochmal so ein Gerät. Ein Machine Gun Tower. Machen wir mal Speed Up schnell. Die laufen dann ihren sicheren Tod, also das ist kein Problem. Automatik on. So, da kommt nix durch. Da kommt... Also da habe ich jetzt erstmal Ruhe. Erstmal ausgesorgt. Mit den... Okay, jetzt wird's hart. Ah, nein. Nein, 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 nein. Okay, das war jetzt nicht geplant. So. Ja, das wird heute ein bisschen länger. Aber ich meine am... Einen Tag vor Weihnachten. Kann's auch mal ein bisschen länger werden, also... Ich meine, es juckt ja keinen. Mal schauen, ob ich's ganz durchspiele. Also ich denke, länger als eine halbe Stunde sollte es nicht werden. So. Diesmal weiß ich ja, wie ich's machen muss. Da brauche ich nicht so viel... ...rumstokeln. So, wie vorhin. Aber brauchte ich ja ein bisschen Zeit, erstmal zu kapieren, was ich denn so machen muss... ...und wie am besten die beste Taktik ist. Etc, etc. Und das machen wir hier noch einigen. So. Ja, aber jetzt nochmal zur Vorsicht. Da wäre nämlich der jetzt durchgekommen. War nochmal ganz gut. Allerletzter Sekunde. Wave 6 von 12. Sorry, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Ach, doch nicht. Das finde ich manchmal gut. Das ist also... ...sironisch gemeint. ...dass die einfach... ...ääh... ...so keine Schüsse angezeigt werden, sondern die Gegner einfach auf einmal weg sind. Man sieht auch nicht mehr die Lebensanzeige und gar nichts. Das ist eh der Birne. So, denn wenn man die Sachen verkauft, kriegt man immer die Hälfte, die man bezahlt hat. Auch schon mal gut zu wissen. So, jetzt wird's heftig, glaube ich. Oder? Ach, komm. Kein Ding. Ich hätte ja mal wieder Bock auf diesen Rocket Tower. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Also, also... Oh, je, 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 je. Scheiße, scheiße, scheiße. So ein bisschen Leben, ey. Ich hätte bauen sollen. Ich hätte mehr bauen sollen. Scheiße, ey. Das dauert noch Jahre, bis ich das packe. Ich bin so ein Noob, Junge. Ey, ich bin so ein Noob. Noob. So ein Noob. Komm, ey. Ich mach jetzt hier Ratzefatze. So. Action. So, nächster hier. Sparen. Erst da hier. Okay. Ach, 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 ach. So, dann macht er jetzt hier das schönes Geld. Dann kann ich hier noch wieder so einen bauen. Und dann geht das Wucki-Zucki. Dann pflaster ich erst mal hier das alles zu mit solchen Maschinen-Tauerns. Tauerns, genau. So viel, wie ich bauen kann. Erst mal, damit ich, äh, was abgesichert hab. Also hier wird erst mal alles schön zugepflastert. Dann haben wir jetzt zwar kaum noch Platz hier zum Schießen, aber... Dann... Ups. Dann hab ich das für beide Seiten... Das wär's ja, als hätte ich verkackt, weil ich das, äh, wild bewegt hab. Direkt noch einen. Überall, 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 schön wäre ich hier hin. Alter, nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Kann ich das, kann ich... Ernsthaft, das... Komm, ich wollte jetzt hier nicht... Ich hock jetzt seit 10 Minuten schon wieder an dem einen Level. Ich glaub, das... Wird ein Let's Play, äh, also... Ich hab jetzt hier nicht so Lust, 3 Stunden aufzunehmen. Ich muss mal schauen, wie ich das dann mache. Also... Vielleicht, dann mach ich das dann später weiter, aber... Muss ich dann sehen. So nach Weihnachten, dass ich das dann weitermache. Dass ich's wenigstens noch durchspiele, dass ihr's seht. Oder vielleicht mach ich's auch dann nicht mehr weiter. Und es war nur so kurz für zwei Tage Advents... Ein Blick. Aber das müssen wir dann sehen. Kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Ja. Genau. Also, ich werde mit 30 Minuten aufnehmen. Also, ich mach das jetzt, versuch das jetzt hier noch zu schaffen. Dann ist... Feierabend. Für... Freude. So. Jetzt machen wir hier mal abwechselnd. Oben, oben, unten, oben. Hier unten. Ich denke, das ist die beste Strategie. Wenn sie sich da nur auf eine Reihe konzentrieren müssen... Und nicht das Zeug von zwei Seiten kommt... Dann ist das, glaube ich, doch... Besser. Okay. So. So. Gerade noch so gerettet. Also, man schiebt... Aber bitte, lass es... Danke. Alter, der soll den platzieren, ey. Das hasse ich, ey. Ich hasse... Das ist das Schlimmste, ey. Diese... Fale... Fale... Gefailte... Steuern. Das ist einfach nur ranzig, ey. So, ich glaube, ein 400er tut da auch mal... Gar nicht so... Also, es ist da gar nicht so schlecht an der Stelle. Ich baue gleich mal ein 800er. Ein Sniper. Oder... Nee, 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 nee. Ich nehme alles zurück. So, die Dinger sind auch leicht verdiente. Und denen kann man leicht Geld machen. So, jetzt spare ich, glaube ich, erstmal kurz. Ach. Ach. Sniper, die haben schöne Range. Nee, ich spare auf ein 1500er schnell. Oder wohl. Ach nee, die kommen nicht durch. Dann kann ich auch sparen. Für die letzte Wave. Bah, ich dann Eis-Tower. Genau. Hier hin. Der kann noch ein bisschen rum... rummachen. So. Das war's ja fast schon. Das ist jetzt die zwölfte Wave gewesen. Und da haben wir's geschafft. Ach komm, ey. Ein Level mache ich jetzt noch. Mindestens. Ich hab jetzt wieder Bock. Flamer. Na, 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 na. Ja, das ist, äh... Standardtext. Start, Start. Ziel nehme ich an. Gut, dann brauche ich... Den mal hier. Und den hier. So, let's go. So. So. Okay, da kommen eine ganze Menge. Ach du Scheiße, ey. Das muss ich nochmal umplanen, du. Das muss ich aber nochmal umplanen. Also... Das läuft grad nicht so. Ich muss hier... Am besten, ich baue hier so eine Basis aus, sozusagen. Und 100 haben wir noch. So. Dann haben wir Geld und dann können wir hier weiterbauen. Das ist, glaub ich, das effizienteste. Genau. Das ist ganz gut so. Jetzt, was mach ich mit 500? Ich glaub, ich baue... Davon noch welche. So, und einen noch hier. So. Go. Machen wir mal erst mal ein bisschen Geld. Kann ich in der nächsten Runde... Baue ich mal hier so ein hin. Und... Spare. Also, das ist eine gute Strategie. So. Weiter. Ja, jetzt spare ich erst mal eine Runde. Mach mal erst mal Automatik an. Das läuft ja wie am Schnürchen. Also, was soll ich da sagen? Nichts kommt durch. Wunderbar. Jetzt mach ich aber mal Automatik auf. Oh, schön. 4000er gleich. Ja. Gucken, ob ich soweit noch packe. Ja. Die Welt ist echt geil. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich mach mal Speed Down, wenn das gehen würde. Aber Next Save auf jeden Fall. Ach du Scheiße, was sind denn das für Scheißviecher? Die ganze Zeit ist es leicht. Und dann kommen auf einmal solche Hankies abgezogen. Alter. Am Anfang kommt eine Pipi-Attacke und dann geht's richtig los, ey. Also, ich baue jetzt am Anfang nur kleine und dann spare ich auch einen 4000er, ey. Weil, ich glaub ohne, ohne den ist das hier hoffnungslos. So, und Speed. Oh, das ging dann doch Nummer zu schnell. So. 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 So, weiter. So, weiter. Weiter. Pause. Weiter. Diesmal mache ich richtig dicke Anlage hier. Speed up. So, und spar ich. Vielleicht platziere ich nochmal ein paar zwischendurch. So. Okay, also, äh, ich würde sagen, jetzt spare ich. Ich meine, das ist erst Wave 2, also jetzt mache ich schnell ein bisschen Dickgeld. Ja, läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. Mal gucken, ich hoffe, die werden nicht viel schwerer, als sie schon sind. Nur, ich frage mich, was es eben war für Viecher. Die waren ja mal oberheftig. So, und jetzt geht's nämlich los. So, ich hoffe, das ist das, was sie für Hardcore-Viecher brauchen. Bessens ist das genau das Richtige. Ich hoffe. Ich bete. Und jetzt spare ich noch eine Runde. Ich kann ja sonst nichts machen. Nur hoffen, dass es jetzt das Richtige war, was sie gemacht hat. Dieser scheiß Tor macht kein bisschen Schaden. Jetzt kommen nämlich diese Kack-Viecher. Die halten alles aus. Kaum ist eins drin, zieht mir das komplett den Schaden weg. Das muss mir auch mal einer erklären. Also, das verstehe ich nicht. Wie das gehen soll. Ich guck mal kurz Upgrade. Ja, das ist ja eigentlich okay so, aber... Ach, wisst ihr was? Ich mach Pause. Lasst euch überraschen, wie es nächstes Mal weitergeht. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Das garantiere ich euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.